Oh, ach ja, stimmt, der hat ja noch die Form! Der ist ja mit dieser Kacke infiziert! Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier! Ich hab mal Bock auf ein bisschen was anderes, nicht nur FIFA, ich will ein bisschen mehr Diversität hier wieder auf den Kanal bringen, auch in Form von Videos, nicht nur in Form von den Streams und... Deshalb starten wir hier mit Dark Souls 3! Das ganze Projekt wird ein bisschen mehr geschnitten, das vorweg, also ich werd schauen, dass ich immer so eine Stunde Gameplay ungefähr in 20 Minuten Video packe, also falls ein bisschen was da drin fehlen sollte, wundert euch nicht! Aber, nichtsdestotrotz könnt ihr mir natürlich weiterhin Tipps in die Kommentare schreiben, genau wie bei FIFA, Backseat Gaming ist erlaubt und wir gehen hier jetzt direkt mal rein, Einstellungen hab ich vorhin alle gemacht Und wir schauen uns jetzt ein bisschen was Cineastisches an Ja, und nochmal zu meinen Vorerfahrungen zu Dark Souls, also ich hab jetzt nicht wirklich große Vorerfahrungen, ich hab mal Dark Souls 2 im Stream gespielt, das ist aber auch schon so 3, 4 Jahre her Ja, ich hab Dark Souls 3 privat mal gespielt, bis kurz vor Ende, aber noch nicht durch Und ja, das sind so meine Vorerfahrungen, also ich bin jetzt kein Vollcrack, ich weiß ein bisschen was, ich hab die Basics drauf, aber Hilfe ist trotzdem gern gesehen Immer in die Kommentare damit, wenn ihr irgendwas zu meckern habt an meinem Playsteel, einfach direkt raushauen Was die Story angeht, hab ich übrigens auch überhaupt keine Ahnung, also erwartet jetzt nicht von mir, dass ich hier in irgendeiner Form die Story groß verstehe, das ist mir alle zu kryptisch Da hab ich nicht die Zeit und auch nicht die Lust zu, mich da einzulesen, so ein bisschen was hab ich mitbekommen Bei Dark Souls 3, bei meinem so Halb-Playthrough, aber da ist jetzt noch nicht wirklich was hängen geblieben So, da sind wir auch schon, im Character Editor Name, wir sind natürlich Oh, holy shit Sir Amarok Ich glaub ich starte mal als Herold Ich geh auf den Faith Hab ich noch nicht gemacht Geschenk Nehmen wir, was nehmen wir mit Ring des Lebens Nehmen wir den Ring des Lebens einfach mal mit Das sind wir, das ist der Sir Amarok Und damit gehen wir jetzt auch rein ins Game Ja, jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Tutorial Unser Heavy Okay, also wir stoßen sehr viel nach vorne Wir müssen wirklich frontal an die Leute ran Oh, okay, ja, ja, ja Da ist mit dem Heavy nix Ja, alles klar Erstmal wieder reinkommen Da haben wir unser Estus Für Magie Und dann waren hier irgendwo noch Gegner Jawohl Jetzt machen wir hier mal ein Heavy One-hitted auf jeden Fall Hier saß doch auch noch einer am Anfang Oder? Oh, ich sitze sogar zwei Zack Oh Okay, die Lanze Staggert die Ja, und da rein Da war doch dieser etwas stärkere Gegner am Anfang Den würde ich jetzt erstmal noch nicht machen Hey So Ins Knie Mit der Lanze Ich bin ja normalerweise echt niemand Der so einen langsamen Spielstil hat Also mit Heavy Weapons Stehe ja doch eher so auf Dagger Und alles was schnell angreift Aber naja Mal schauen, was das hier gibt Oh Sprungangriff Hat die auch schön Schön, 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 schön Oh Ja, ja, ja Okay, okay Erstmal Ganz ruhig wieder Konzentrieren Und dann machen Vielleicht zweihändig Ohne Schild Weil eigentlich spiele ich Nur sehr selten mit Schild Ich kann die Distanz noch nicht so ganz einschätzen Von der Lanze Hey Oh Holy, holy Darauf erstmal ein Estus So, Junge, komm her Komm ran Okay Aus dem Rollen hat der auch einen Och Was war das Och Was ist denn jetzt los Äh Hallo Controller Controller Hallo Äh Mein Controller hat sich hier gerade verabschiedet Äh Ich muss mal kurz mit Maus der Statur hier Sterben What the fuck Warum hat sich mein Controller verabschiedet Was soll das denn Jetzt ist er wieder da Ist ja komisch Ist ja komisch Okay, also Wenn ich irgendwo reinrolle Habe ich auch einen Angriff Das ist ja eigentlich ganz cool Aber gegen die Die zu schnell angreifen Ist der nicht wirklich effektiv Da ist einer Komm her, Jung Zack Abgestochen Und Abgestochen Und jetzt machen wir die da unten Vorher einmal kurz ein Estus ballern Die Seelen zurückholen Auch wenn es nicht viel ist Oh Long Oh Der Long Der gefällt mir aber sehr gut Der ist ja schön Um Distanz zu überbrücken Das gefällt mir Okay Da über den Stein also Ne Das war noch nix So Den Sprung Den machen wir jetzt nochmal Jawohl Und da haben wir auch unsere kleine Titanitscherbe Mit einem Estus da rein Da sehe ich mich ja noch nicht Da bin ich definitiv Nicht gut genug für Um da mit einem Estus Den Boss jetzt zu legen Zack Du droppst sogar noch was Die gewindende Seele Ist doch Herrlich Boah Und dann gehen wir jetzt mal Rein in den ersten Bosskampf Ne Auf geht's Zieh raus das Ding So Anvisieren Einen Hit hat er abbekommen Der Gundier Boah Boah Okay Die Range ist Heftig Ja alles klar An ihm dranbleiben Und dann Innen Rücken ballern Boah Holy Moly Hundier Pass mal auf Mein Junge Ach du Heilige Dreht er sich Ne Junge Also dein Moveset Hab ich immer so gar nicht mehr Auf dem Schirm Okay 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 Oh Und diese Delayten Angriffe Hasse ich auch Wie die Pest Diese Heavy Hits Oh Ach ja Stimmt Der hat ja noch Die Form Der ist ja mit dieser Kacke infiziert Oh Boy Oh Boy Powerpop Estus Der hat ja Diese ekelhafte Scheiße An sich Oh Aua Nicht übermütig werden Ach du Heilige Hau ab Estus Komm den schaffen wir Ah Nicht greedy werden Und zustechen Jawohl First try Legen wir hier Den Gundier Erhalten Das Schwert Zünden Das Leuchtfeuer Wunderbar Und da rasten wir Jetzt auch mal direkt Wenn ich mich Recht erinnere Ist hier Links rum Doch auch So ein Dude Gewesen Ja da oben Steht er doch Der Wichser Der konnte glaube ich Ziemlich coole Sachen Droppen Der hatte ein richtig Cooles Schwert War es ein Schwert Oder war es die Rüstung Ich bin mir Ich bin mir gerade gar nicht sicher Was ihr mir übrigens auch Gerne mal in die Kommentare Schreiben dürft Ist wie sich das mit den I-Frames Hier verhält In Dark Souls 3 In die Mechanics Bin ich nämlich nie Reingegangen In Dark Souls 3 Dark Souls 2 Hab ich so ein bisschen Kenntnisse Was die Mechanics angeht Dark Souls 3 So überhaupt nicht Wie ist das mit den I-Frames hier Skalieren die mit Irgendem Attribut Oder Wie Wie kann man die erhöhen Falls ihr übrigens Die Story Mitkriegen wollt Müsst ihr wen anders schauen Ich werde hier jetzt Einiges skippen Weil mich interessiert Die Story nicht Sie ist fürs Let's Play Finde ich nicht Sonderlich relevant Also Ich werde durch Dialoge durchskippen Ich würde gerne Einmal aufsteigen Bitte danke Drei in Glaube Einen Kondition Macht das Sinn Ich hoffe Drei in Glaube Einen Kondition Das wird unser Erstes Leveling sein Bestätigen Jawohl Hier können wir Genau das Schwert reinballern Wo Jedet hier raus Ist das hier der Ausweg Ja Tatsache Auch wenn ich glaube Dass ich jetzt Tierisch auf den Sack Krieg Wir versuchen ihn Oh ja Oh der hat Bock Oh der hat Bock Ja ja Oh der hat Bock Stimmt Der droppt das Katana Oh ja Und das macht Blutung Holy Holy Moly Und da sind die Boys Die möchte ich nicht Aufwecken Erstmal Estus ballern Okay Nicht chargen Fuck Ey Holy Shit Der ist Schnell Und duckt sich Da auch noch weg Wenn er angreift Ach du heilige Komm her Okay Ach du heilige Ich mach ja gar keinen Schaden auf ihn Okay Ich muss den Charge Angriff machen Aber ich hab auch Kein Estus mehr Das ist jetzt Sehr belastend Und ich glaub Das muss ich nochmal machen Ah er haut ab Hier traut er sich Nicht rein Ja okay Okay Da hat er einen Gefressen Jetzt gleich merkt er Hier will er nicht rein So Schießen wir den ein bisschen Ah ne Okay Aua Aua Ne 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 Junge Das machen wir nochmal Das machen wir nochmal Komm mal her Hier Hier willst du nämlich Gar nicht rein Ne So wir ballern uns nochmal Ein Estus Ansonsten sind wir Leichte Beute Ja okay Jetzt aber Zack Und zurück rein Ja du Du kommst hier nicht rein Jung Ich weiß das Ah am Kopf Vorbeigeschlagen Okay Ah da Hittet er uns So da haben wir ihn wieder Ja komm Ah okay Also er kann wirklich Physisch hier nicht durch Alles klar Ja komm her Ja So guck mal da haben wir ihn Diesmal gehittet Hier kommst du nicht rein Zack So kriegt man den down Relativ safe Ich will ja auch nicht Zu oft sterben Okay Oh Hast gedacht ne Wollst du mich verarschen Lass ich aber nicht zu Dass du mich hier verarscht Aua Holy moly Der macht aber auch Ein Damage ne Ja komm wieder her Komm ran Komm ran jetzt Mach deinen Angriff Ja hau ab Genau Ja du bist so gut wie down Komm wieder ran hier So Sehr schön Da haben wir ihn down Und da ist auch das Item Ushigatana Und die Gewänder So mit Talisman Und den Gewändern Und der Lanze in der Hand Okay ich scheine auf jeden Fall Weiter zu rollen So fühlt es sich an Wo bin ich jetzt 14% Ja Okay Wir versuchen es mal so Wenn es nicht funktioniert Legen wir die Rüstung wieder an Aber ich würde es gerne mal so probieren Ja genau Mach mal auf den Bums Drecksack Ach jetzt weiß ich auch wo ich bin Okay ich bin sehr mobil Das gefällt mir sehr gut Jetzt brauchen wir nur noch eine schnellere Waffe Ah nein das ist der Screecher ne Oh fuck der mobilisiert doch jetzt hier alle Was ich ganz lange übersehen habe Ist hier diese wunderbare Treppe War hier nicht auch so ein kack Screecher Ja Und den gilt es direkt zu töten Halte Schnauz Was heißt es hier Versucht Drache Ja wie wäre es wenn wir Drache nicht versuchen Hier ist wer gestorben Wo ist der Wichser Ja komm mal her hier Komm mal ran Komm mal ran hier Oh Da snipet mich einer Ne 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 So fangen wir hier schon mal gar nicht an Ne So und jetzt Als ob ich ihn da ganz knapp nicht erwischt hab Boah Ne den Den muss ich abseits von dem Von dem Boy machen Komm mal rein hier jetzt Jung Ist das Ist das zu schwer für dich durch den Torbogen zu gehen Komm rein hier Ja danke Bleib an Bleib an So Komm her So Na guck mal Wenn ich mich recht erinnere Kommt hier doch jetzt gleich Draco geflogen Ne Genau Und roastet hier mal Gediegen alles weg Und wenn ich hier hingehe Dann roastet er doch auch hier Und du Wichser überlebst Ja wunderbar Okay der macht jetzt grad da Vorne Rambazamba Dann gehen wir jetzt hier einmal kurz durch Boah So Von dem bleiben wir jetzt erstmal ein bisschen weg Auf den hab ich nämlich jetzt noch keine Lust Genau Hau einfach Alter ich hab gesagt Hau ab 3500 Seelen Das sind bestimmt drei Level Ah zwei Da legen wir jetzt hier aber mal Einen richtigen Usain Bolt Sprint hin So und da hinten in der Ecke Sind wir Grippiert Und genau da holen wir uns jetzt erstmal unsere Seelen wieder Und werden dann hier einfach an diesem Lothric Knight Wir werden schon wieder Abgestochen Aber immerhin müssen wir jetzt Nicht den mehr aufwecken Aber wir müssen den gleichen Weg wieder gehen Weg mit die Viecher Und mit zwei Estos jetzt mal da hoch und Seelen einsammeln Dann Kommen wir auch ein Stückchen weiter So Lothric Knight Und da oben ist doch das Bonfire oder Erinnere ich mich richtig Ja ich erinnere mich richtig aber Kommt der Boah mir wirklich hinterher Jawoll Entzündet Setzen Und jetzt können wir den mal versuchen So Lothric Knight ist Gone Zack So du wolltest mich angreifen Weg mit dir Und ganz im Ernst Den nehmen wir ja auch noch mit Und mit Über 5000 Seelen Leveln wir uns jetzt noch einmal zum Schluss Sag mal wo kommst du denn her Hä Kannst du mir das mal erklären Holy Moly Ne komm mal her Du kommst Auch noch auf die Fresse Okay gerade krieg ich richtig auf die Fresse Ach du Scheiße Was ist mit ihm los Er hat ja gar keinen Bock So Alles erstmal in Vitalität Ja doch da seh ich mich erstmal Da seh ich mich erstmal Dann war's das auch Für Diese Folge Dark Souls 3 Ich hoffe es hat euch gefallen Lasst mir gerne Feedback unten in den Kommentaren da Und wenn's euch gefallen hat Nicht nur in den Kommentaren Bescheid sagen Sondern gebt dem Video auch einen Daumen hoch Abonniert den Kanal wenn ihr mehr sehen wollt Und ja ich schaue dass ich so mindestens einmal die Woche eine Folge raushau Eventuell zweimal je nachdem Wie fix das mit dem Schneiden geht Das werde ich jetzt sehen Wie fix ich das runtergeschnitten krieg Auf 20 Minuten Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Wenn's wieder heißt Dark Souls 3 Mach's nicht gut und mach's besser Hau rein Man sieht sich Ciao ol Abonniert den Kanal glaube ich 哥 Aber �대 huge pione